Hallo All4Shooters, All4Hunters. Wir haben hier nochmal ein neues Holster von Blackhawk in Verbindung mit dem Leupold DeltaPoint Micro. Wir haben darüber gesprochen, dass es viele Freiheiten gibt beim Holster. Hier haben wir nochmal ein Holster, was ich kurz vorstellen möchte mit einem ganz anderen Funktionsprinzip und zwar das Holster nennt sich Omnivore, was Allesfresser heißt und genau das ist das Holster auch, weil hier wird die Verriegelung über ein Kunststoffteil erzeugt, die an der Zubehör- oder Pikettini-Schiene der Pistole befestigt ist. Das heißt, da ist das einzige Teil, wo das Holster die Pistole berührt. Deshalb passen über 150 verschiedene Pistolenmodelle in dieses Holster und wenn ich das jetzt holster, greift das automatisch ein und beim Ziehen, muss ich hier nur auf die Taste drücken, das ist ein Level-2-Holster, wird die Pistole freigegeben. Und wie gesagt, das Kunststoffteil kann ich auch als Zubehör kaufen, das heißt, ich kann aus einem Holster ganz, ganz viele verschiedene Pistolenmodelle und Lauflängen verwenden und bin da sehr, bin da sehr frei.